Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge durchgequatscht I am back in Berlin und ich werde jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen hier sein, ich bin jetzt nochmal zwei Tage in Stuttgart, aber danach danach bin ich am Start, die Gegner im Jumi, deswegen ist hier schon der Tit im Gegnerteam natürlich schon von Anfang an sehr sehr groß geschrieben und ich möchte über einen Champion reden, über den ich schon länger überlegt hatte ein Video zu machen, nämlich Brand und jetzt wurde Brand gebufft, der E hat 0,1 Scaling mehr bekommen und außerdem ist es auch so, dass sein Base Damage ein bisschen erhöht worden ist das heißt, da wurde ein bisschen was angepasst und ich möchte über Brand reden, weil ich glaube, dass Brand underrated ist das ist der, naja, sag ich mal etwas strange Theorie, weil tatsächlich wenig Indizien direkt dafür sprechen, dass Brand irgendwie ein geiler Champion ist oder sonst was aber ich glaube tatsächlich, ich muss gerade ein bisschen gucken wegen dem Sound hier, ich habe jetzt länger hier nicht aufgenommen sorry, wenn der Game Sound zu leise oder zu laut ist, ich werde das noch während des Games anpassen Brand ist für mich immer ein interessanter Champion gewesen, weil er die Art und Weise, wie man spielen muss was verändert für das Gegnerteam Wenn du gegen Brand spielst, ist AOE ein unglaublich wichtiges Tool und ich möchte dir eben die Frage beantworten Ist Brand jetzt wieder Weibel auf der Midlane wegen ihm diesem Buff? Dazu muss man sagen, dass Brand Support aktuell nicht unbedingt so gut funktioniert, wir haben einfach andere Poke Supports auf der Botlane, die besser funktionieren Ich habe mich runenmäßig hier übrigens für Electrocute entschieden, das ist eine persönliche Präferenz Ich würde prinzipiell euch eher Komet empfehlen, weil es dann doch eher die Rune ist, die ihr öfter procken könnt Dark Harvest wiederum bin ich gar kein Fan von Ähm, natürlich gibt es gute Gründe für Dark Harvest, ne, ihr seid in der Lage dadurch langfristig mehr Damage zu machen Aber für mich ist Brand ein Champion, der, wenn er zum Scalen kommt, oder, nein, anders formuliert, wenn Brand ahead ist, ist Brand eh stark Das heißt, diese, diese Sache nochmal zu verbessern ist aus meiner Sicht nicht worth Was aus meiner Sicht worth ist zu verbessern, ist, oh, das war close, da stand ich gar nicht günstig, hat allerdings nochmal gepasst Ist aus meiner Sicht, das soll den Potenzial Denn aus meiner Sicht muss Brand immer in der Lage sein, Leute wegzubürsten Woran liegt das? Das liegt daran, dass Brand eine, äh, ganz elementare Schwäche hat, nämlich, dass ihr, uh, das war bad Ah, das war noch bad, bader Even worse, ne, wenn wir schon Englisch sprechen wollt, dann halbwegs vernünftig Das ist, dass Brand eben nicht escapen kann Das ist eine massive Schwäche des Champions an sich, weil ihr habt keine Mobilität Das einzige, was ihr habt, ist ein Stun Und den auch nur, wenn ihr ein Spell vorher trifft Deswegen nutzt man den eh meistens auch eher als ein reaktives Tool Um damit in der Lage zu sein, den Cue auszulösen, um dadurch einen Stunt zu forcieren Weil das ist das einzige, was du an Escape-Möglichkeiten hast Du musst jetzt hier leider gerade mit dem Cue einen Caddy Minion securen Ähm, das ist so ein bisschen die größte Schwäche Deswegen finde ich Electrocute eigentlich ganz smart Weil du Leute quasi, ähm, dadurch abschreckst Dass, wenn sie dich engagen wollen, du sie einfach bürstest Das heißt, dein defensives Tool ist Damage Und da sind wir auch ein bisschen bei der Kernproblematik von Brand eben Du bist immobil, du bist leicht zu campen Du bist leicht zu, ähm, naja, auch ein bisschen zu Dir den kompletten Spielstabler nehmen zu lassen Ist durchaus möglich mit Brand Äh, jetzt ist natürlich hier gerade der Ramos unterwegs Und das sollte ein ziemlicher Free-Kill sein Zack, guten Tag Den Kill hätte ich securen sollen wahrscheinlich Hätte die Cue einfach ein bisschen warten sollen Dann kriegt er auf jeden Fall den Kill Ähm, so ist das Ganze eben eher für den Ramos ausgegangen Was jetzt allerdings ja auch kein, kein Drama ist Oh, da oben war ein Rixai Ne, ich hab kein Mana mehr Ich würde sehr gerne basen Ja, der Ramos sollte da fein sein, ne Ich glaub jetzt nicht, dass Rixai den da großartig verprügeln wird Ah, wenn doch, dann tut's mir natürlich leid Da hätte ich dann vielleicht doch helfen sollen Ah Ah, okay, macht das gut Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen Hier Larry ist unterwegs Direkt da wird er über die Wall Sorry, buddy Should have stayed Eigentlich hätte ich, glaub ich, nicht stayen sollen Ich glaub, das war schon richtig so, wie ich's gemacht hab Kommen wir zu den Stärken von Brand Was man eben ganz gut gesehen hat, sind diese W-Spells Der W von Brand hat eine insane Range für Midlaner Auf der Support-Position hab ich das Gefühl, dass es früher außer war Aber mittlerweile gibt's einfach mehr Champions, die da Ähm, über eine noch höhere Range agieren können Ich weiß nicht, was ich mir bei diesem W gedacht hab Ich dachte mir, hey, vielleicht ist sie ja doch noch da wahrscheinlich Aber das war sie tatsächlich nicht Das heißt, ich finde, auf der Midlane bist du in sehr vielen Matchups als Brand in der Lage Digitaleffektiv zu poken Was dabei meistens allerdings auch passiert ist, dass du Caster-Minions hittest Äh, und das wiederum sorgt dafür, dass du pushst Und das wiederum sorgt dafür, dass du gankbar bist Und weil du keine Mobilität hast, sorgt das meistens dafür, dass du relativ oft stirbst Das ist zumindest so meine persönliche Erfahrung Ich glaube allerdings trotzdem Boah, dass Brand mit Lane Gerade in, sag ich mal, etwas geringere Elos Sehr, sehr gut funktionieren kann Das liegt daran, dass Brand ein Champion ist Der in Teamfalls unglaublich, unglaublich, unglaublich stark ist Und der hat eben, wie ich schon gesagt hab, Leute dazu zwingt Sich anders zu positionieren Also es ist tatsächlich so, dass du gegen den Brand darfst du niemals klumpen Hm, ah, ich hatte die Hoffnung, dass da Weniger passieren würde, wenn ich Wenn ich nicht rausgehe, also dass die Ari da nicht rausbackt Sie hat trotzdem viel Mana gewastet Sie hat ein bisschen XP verloren Der Gag war jetzt nicht useless Das kostet allerdings natürlich den Ramo sehr viel Zeit Das sind so die Dinge Das heißt, auf dem mit Lane willst du als Brand die Gegner popen Du willst sehr genau darauf aufpassen, was du mit deinem W triffst Weil du nicht prinzipiell pushen willst Und du willst Gegner dann mit deinem Level 6 All-In bedrohen Das ich jetzt hier vorher schon zu im Kill bekommen bin Ist nett, ist allerdings nicht das entscheidend Wir maxen W, danach maxen wir in den Q Mittlerweile überlege ich ein bisschen, ob man den E vielleicht als zweites nimmt Weil der Base-Damage ja da doch recht ordentlich steigt Dadurch, dass es gebufft wurde Das Scaling von 0,1, das erhöht sich allerdings natürlich nicht mit den Punkten, die du drin hast Und daraus resultiert wiederum, dass du... Naja, den E nicht maxen musst, wenn du besseres Scaling haben willst Wo ein Brand auch gut ist, ist in 1 vs 2 Situation Das bedeutet hier zum Beispiel, muss ich keine Angst haben zu pushen Obwohl Rek'Sai, wie ich weiß, in der Nähe ist Weil wenn es jetzt zum Gang kommt, kann ich höchstwahrscheinlich sogar beide kill Ne, so natürlich nicht Hätte ich Rek'Sai ignited, hätte ich Rek'Sai gekillt Ein bisschen ärgerlich, ne? Rek'Sai flasht über meinen Q, was sehr, sehr gut war Und wenn ich da den Stunt kriege, ist das ein Safe-Double-Kill So ist das Ganze natürlich jetzt hier ein gutes Beispiel von Ich kann nicht killen! Nein, kann ich nicht, nein, passiert Aber von sowas niemals entmutigen lassen, ne? Es ist trotzdem der richtige Play, es ist trotzdem eine Stärke des Champions Auch wenn ich sie hier nicht wirklich zeigen konnte Falsches Target ignited, das ist natürlich so ein bisschen, wo man sieht Hey, so viel Erfahrung habe ich mit Brand jetzt noch nicht gesammelt Ist allerdings eben für mich eine der Stärken, die Zum Beispiel ein Rennigan auf der Topline auch hat oder auch ein Heimerdinger hat Dass du weißt, hey, ja, du kannst diesen Champion ganken, aber du gehst als Jungler immer ein Risiko ein Wenn in diesem Fall Rammus irgendwo in der Nähe ist, dann kann ich Fals vielleicht sogar so entscheidend selber führen, dass danach Rammus ganz entspannt noch für einen Clear-Up-Kill gehen kann Was ich jetzt hier mache, ist ein bisschen sneaky Ich pull die Wave jetzt und ziehe sie hier in den Busch Das ist etwas, was ich schon mal in einer anderen Folge erklärt habe Das ist ein Freeze auf der Midlane, das ist relativ schwer in Normalfall, aber wenn du hier in den Busch gehst und die Gegner keine Vision haben, dann verlierst du die Minion-Akku wieder Ah, ich dachte schon, dass Minion rennt und ihn tönt Und so kannst du quasi einen Freeze auf der Midlane provozieren Diese ganzen Wave-Management-Dinge sind aus meiner Sicht nochmal Sachen, die bei Gerade wenn du sowas spielst wie Brand, was so ein Auto-Push activated hat, nochmal wichtiger wären Also darüber ein bisschen Bescheid zu wissen sind für mich Skates, die sehr, sehr wichtig sind, wenn ihr solche Champions spielen wollt Unten hat Rexha jetzt den nächsten Play-Versuch durchbekommen Rexha macht aktuell einen sehr, sehr guten Job hier in dem Game, da muss man ein bisschen aufpassen Dabe-Dorans ringt bei der Arie, das funktioniert Wenn ich hier übrigens nicht für Darkseeson und für Dabe-Dorans gegangen wäre, hätte ich dann einen Kill gemacht Schwer zu sagen, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich nicht das Gold hatte, ich bin ja nur mit einem Pot auf die Wave Auf die Lane, nicht auf die Wave Warum finde ich also, dass der Sprint ein guter Champion ist für Leo Edo? Naja, eben... Kriegt den Stun raus Elektrikhut kann ich auch noch procken Krieg allerdings auch ein Elektrikhut gegen mich Ich glaube, ich werde hier sogar nochmal basen Ähm... Die Arie hat eine Corruption Potion Das heißt, die wird mich hier immer out-sustain Allein schon, weil sie auch die Passive hat Das heißt, ich nutze die Zeit für einen Recall Gehe mit den Boots und Refillable Pot wieder auf die Lane Und sollte dadurch, dass das eine Candy-Minion Wave ist, nicht so viel verlieren Sie kann das natürlich pushen, klar Aber ich denke, ich verliere hier zwei Mini-Minions Und das ist völlig in Ordnung dafür, dass ich ein Reset kriege Problem ist, mein Team macht währenddessen den Drake Wir haben keine Prio-Mitte Ähm... Ja... Hätte ich auch viel früher pingen müssen, ne? Also... Ich weiß ja, dass das eine schlechte Aktion ist da Dass die dafür gehen Das muss ich dann einfach pingen Der Rafe-Clear von Brand ist, ähm... Absolut in Ordnung Jaja... Ich bin unterwegs, Jungs Aber die... Die Kernproblematik bleibt ja dieselbe Ähm... Gehe für einen sehr einfachen Kill Und ziehe mich dann auch wieder zurück Treff nochmal den Stun Ah... Bin dafür fast nochmal gestorben Das war nicht so gut Äh... Dieser Flash Richtung Kleidpflanze Finde ich immer ein sehr sehr gutes Tool Ich geh jetzt hier tatsächlich auch für den E-Max Second Die gehen da unten nochmal für den Dive Ihr könnt euch das angucken Aber bis ich da unten bin Verändert sich da eh nichts mehr Das heißt, ich pushe stattdessen lieber die Wave rein Prinzipiell natürlich in solchen Situationen immer W into E, ne? Dadurch habt ihr die Möglichkeit, dass da eh Leute auf Leute spreadet Harry... Ha... Ich könnte hier noch für ein... Ähm... Plating gehen, aber das ist nicht Wolf in dem Moment Weil ich stattdessen lieber in die Base gehe und schneller wieder da bin Und deswegen mein Gold investieren kann Ansonsten könnte Harry äh... Die... Die Wave gleich schneller annehmen Ich wär nicht da Würde die Candyman die Wave im schlimmsten Fall verlieren Das sind alles so Dinge, die natürlich mehr oder weniger Basics sind Gerade in solchen Fights wollt ihr natürlich die Ultimates selten so verwenden wie ich Ich hab die Ultimates hier verwendet auf ein Single Target Was keine Chance hatte, dass darauf irgendein Bounce passiert Das ist natürlich etwas, was relativ super optimal ist Gerade in der höheren Elo So, ich bin hier jetzt auf dem Account kurz vor der Diapromo, glaub ich Ah, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Ähm... Ist es so, dass Leute natürlich sich deutlich besser positionieren in Fights Das heißt, ein Brand strahlt eine Gefahr aus, die ist den Leuten bewusst Und dementsprechend positionieren sie sich seltener so geklumpt wie... Wie man das vielleicht aus den ein oder anderen Highlight Clip kennt Wenn man Brandspieler ist oder gerne mal Brand spielt Ich glaube allerdings, dass genau so ein Verhalten auf Loreedo halt eben deutlich öfter passiert Und genau da liegt die große Stärke von Brand Er punisht das wie kein Zweiter Und ich glaube deswegen, wie gesagt, dass Brand gerade im Low-Edo vielleicht eine ganz gute Option ist Im High-Edo sehe ich auch die Problematik, dass die AP-Erinnerung zwar ganz nett ist Dass Brand aber prinzipiell auf ein Item-Bild gebaut wird, was relativ wenig AP dabei hat Also ich weiß nicht, ob ihr die gängigen... Mit Brand übrigens immer in der Minion-Wave traden, damit ihr Ultimates auf den Gegner baust Ari hat jetzt hier in Flash genutzt Hätte ich mit Ignite für den Kick gehen können, maybe... Ah, nicht so einfach jetzt die Entscheidung, ob ich stayen sollte oder nicht Ah... Ah... I mean... Rexxar pusht weiter oben Ari wird hier sehr, sehr defensiv spielen Das heißt, ich kann die Wave auf jeden Fall nochmal pushen Das Problem ist halt, Ari hat auf jeden Fall gleich wieder die Ultimate zur Verfügung Das heißt, ich pushe jetzt hier einfach durch Gehe da ein bisschen weiter weg, als ich es normalerweise würde, weil hier halt eben der Ward ist Dieser Lane Ward, durchaus ein potentes Mittel Und wer da allerdings hier tatsächlich nochmal greeden Das Ignite vielleicht ein kleiner Overkill, weil die Passive natürlich so oder so geprockt hätte Hier eine ganz schöne Variante mit der Vision des Gegners zu spielen, weil ich halt eben... Oh... Ja, das ist natürlich das einzige Target, was ich nicht ehren sollte in dem Moment Ah... Ich greete jetzt hier noch für das Plating Ich hab ehrlich gesagt nie aufgepasst, wo Rexxar ist, na... Ist vielleicht jetzt nicht so sinnvoll Na, ich sollte nicht noch für ein zweites Green Man muss es ja nicht übertreiben mit dem Trollen Ziehe ich jetzt hier zurück Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man mit der Vision des Gegners spielt Ich weiß, dass sie hier Vision hat, ziehe mich deswegen hier zurück Sie erwartet, dass ich den Safe Recoil nehme Ich mach das nicht Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich persönlich an League of Legends sehr schätze Die relativ oft allerdings unbedeutend scheinen Aber hier ist es eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es ganz gut ist Das normale Brand-Item-Bild besteht aus Double Magic Pen Das heißt, du gehst für dieses Item und danach gehst du für dieses Item Die AP-Änderungen bedeuten, dass es jetzt ein bisschen attraktiver ist, für aggressiver Items zu gehen Ich zum Beispiel präferiere auf Brand aktuell Ludens First Was auch dahin liegt, dass ich ja für Electro-Cute gehe Und dementsprechend den Poke nicht habe, den anderen haben, wenn sie mit dem W und Komet gehen Ariad übt jetzt Ultimate, das heißt, ich kann die Wolf jetzt nicht so weit vorne annehmen Fehlende Mobilität ist hier natürlich wieder das Thema Nummer 1 Weil das halt eben genau dazu führt, dass wenn ich da vorne stehe, ich einfach engaged werden kann Und kein Counterplay habe Wave-Clay jetzt natürlich exzellent Ein W, die Wave ist weg Super angenehm Uh, da muss ich ein bisschen aufpassen Hat sie ihr Vision Bin mir nicht sicher Kann jetzt hier immer die Mini-Minions Ehen Danach mit dem E gehen Procke so alles, was ich procken will Ari muss für die Ultimate gehen Ist trotzdem ein Kill Und dieser Damage, den ihr gerade gesehen habt, der ist, finde ich, frech Also, dass ich den Damage habe Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich finde, dass sowas wie Dark Haves gar nicht notwendig ist Weil dieser Damage, wenn du über der Goldkurve bist, was ich ja jetzt hier gerade bin Ich bin ziemlich strong im Game Ist sehr, sehr stark Ich habe immer das Gefühl, dass Bran's Rohr-Damage-Wert Sehr, 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 sehr hoch ist Hier muss ich übrigens relativ früh ehen Ah, ich habe jetzt wenig Platings bekommen Ah, geht zum Blue Der sollte free sein Kommen den auf Wir bekommen auch nochmal den Infernal Drake Auch das sehr angenehm Und das funktioniert Eben, Dark Haves Scaling finde ich nicht so attraktiv Komet kann ich vollkommen verstehen Wenn man eher für den Für den Poke-Lifestyle gehen will Ich wiederum will für diesen One-Shot-Lifestyle gehen Und dementsprechend ist Electrocute meine Variante Wie gesagt, ich empfehle allerdings prinzipiell eher Komet Was wüsstet ihr machen, wenn ihr jetzt gegen Bran spielen würdet? Na, wenn ihr gegen Bran spielt, dann wisst ihr ja ziemlich Also, nehmen wir mal an, ihr seid die Ari Dann wisst ihr, dass ihr jedes All-In gewinnt Also, zumindest in der Theorie Es ist superschwer für irgendjemanden hier großartig Als Brand da was dagegen zu machen, wenn ihr als Ari an den Rand springt Das bedeutet, ihr wollt immer diese Zeitfenster nutzen Brand macht den W auf die Lane? Ja, easy Haut den halt rein Brand ist sogar noch so cocky und geht auch noch für den E Ja, komplett free Dann geht doch einfach rein Was soll der denn machen? Wird er sein Q benutzt? Dann könnt ihr ihn offiziell reporten Weil das ist ja das einzige, was er hat als Verteidigungstool Auch hier Ich nutze meinen W Ari könnte jedes Mal versuchen für die Ultimate zu gehen Ah, Yumi ist wieder da unterwegs Die mach ich jetzt auch mal auf dem Weg Aber ich glaub, die ist tot, bevor ich da bin Genauso ist es Kannst hier noch gucken, ob Ari kommt Kommt nicht Das ist ein ziemlich cocky Way, den ich hier gehe Gerade mit so einem Immobilien Champion sollte man nie diese Choke Points durchhalten Jetzt nutze ich hier den E Und das müsste immer der Moment für Ari sein, wo sie sagt Aha! Zwei Spades weniger Ich gehe auf Indersol in Das passiert hier allerdings nicht Und ich glaube, das ist halt genau das Ding Ich finde solche Champions, die hauptsächlich um Zeitfenster rumgecountert werden Sind unglaublich schwer zu countern Es ist sehr viel Erfahrung vonnöten Es ist sehr viel auch Verständnis von Matchups Was viele einfach nicht mitbringen Gehe jetzt hier für den simpelsten Trade aller Zeiten Ich mache den eher auf den Gegner, damit meine Ultimate öfter bounce Ah, das ist zu greedy Und dann auch noch schlecht Was hier passiert ist, ist quasi Dass ich weiß, dass Rexai da ist Trotzdem für den Flash-Play gehe Was überhaupt nicht notwendig ist Ari ist low, sie müsste e-basen Der Key gibt mir gerade in dem Moment nicht, wie ich verlieren kann Weil ich habe einen 300er Shutdown Und gegen Rexai antizipiere ich zwar den Tanegu Gehe für den W Dadurch, dass ich den Q allerdings so früh auslöse Führt das dazu, dass ich den Dass mein Q ankommt, bevor der W ankommt Das erhöht zwar den Damage von meinem W Allerdings keinen CC Und dementsprechend kann ich da nichts machen Lumi kommt jetzt raus Ist allerdings in diesem Fall relativ nutzlos wieder Oh mein Gott, sie ist so squishy Holy crap Meine Damen und Herren, jemand müsste die Bot-Lane defen Ich bin nicht unbedingt der, der die Bot-Lane defen sollte Da bin ich ganz ehrlich Ein Gangplaning ist dann doch eher anstrengend für mich Einfach, weil er meinen Stun glänzen kann Ich glaube, Brand wäre in einer Control-Mage-Meta Zum Beispiel sehr interessant Aber das Problem von Brand ist auch Dass eigentlich alle Assassins unangenehm für einen Brand-Spieler sind Weil das, was die machen, ist Die hüpfen viel rum Was ein Problem für uns ist Ist, wenn Leute unseren Stun blocken Oder generell unseren Damage Ich mache jetzt einfach die Camps Prinzipiell ist die Passive von Brand In solchen Fällen ziemlich gut Ihr seid auch gegen Objectives recht gut Ich habe übrigens komplett verpasst, dass die Wave hier schon ist Upsi Ja, Last-Hit muss man nicht Ist eher optional in meinem Gameplay Oh mein Gott Ja, ja, gut Währenddessen wurde auch noch gefeitet Das heißt, es ist noch nutzloser, was ich hier gemacht habe Mein Team gewinnt allerdings trotzdem Schon als Beispiel dafür, dass Ja, 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 okay Ich würde sagen Triple Kill, alles mein Verdienst War das der Quarter? Er hat den Stun gefällt Ja, also ich würde sagen Das war gerade ein Quarter-Kill von einem Pike Ihr habt hoffentlich mal meinen First-Time-Pike gesehen Da seht ihr sowas auch Ich würde jetzt hier eigentlich ganz gerne den Turm nehmen Ich weiß nicht, ob die Wölfe da unbedingt so interessant sind Kann man aber natürlich trotzdem machen Holy Moly Pike Der Typ heißt auch Pike Das heißt, man kann davon ausgehen, er spielt den Champion noch nicht zum ersten Mal Ich wiederum war überhaupt nicht da Weil ich stattdessen lieber Golems gemacht habe Danach eine komplette Minion Wave Verhauen ab zu Lasteten Das ist schon eher sad alles Aber trotzdem natürlich ein Ein schönes Beispiel dafür, was ein Pike Support machen kann Mein Damage ist absolut Giga-Insane Oh Muss allerdings natürlich trotzdem hin und wieder Gegner respektieren Kann hier jetzt mit der Ultimate einfach mal in mehrere Leute reinhauen Das ist dann eigentlich immer ein Freaky Nochmal das wunderschöne Ding da zerstören Die Die War so schwer, ne? Und ich meine, Reksa ist ja nicht mehr wirklich mobiler Champ Ist ein mobiler Champ Aber ist ja nicht mehr in der Top 10 der schlimmsten Champions, die ich mir vorstellen kann Und genau diese Problemat... Oh mein Gott, ihr überlebt es einfach Sie haben halt offiziell überhaupt keinen Schaden, die Gegner Ich würde, wir sollten uns hier zurückziehen Alles weitere wäre eher agreed I knew that the cat is going to crash Uff, okay Ja, man muss auch sagen, die Botlane der Gegner ist tatsächlich jetzt nicht so dominant Ja, ich weiß nicht, ob dieses Video kommt, bevor ich mein Video mit Maxim dazu aufgenommen habe oder danach Aber ich gehe fest davon aus, dass es Hotfix geben wird Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eher schwach Man muss aber auch sagen, dass der Champion einfach komplett anders ist von allem, was wir bis jetzt gesehen haben Wenn wir jetzt an Ivan zurückernennen, war die Winrate auch terrible Und später ist rausgekommen, dass der Champion in seiner Grundform eigentlich ziemlich broken war Könnte noch hinlaufen, aber ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so begeistert davon, mich da nochmal auf den Weg zu machen Geh jetzt auf den Rabadons Und das ist halt genau die Sache Ich finde, Brand mit den aktuellen Scalings kann man auf Mass-AP spielen Also man kann Item-Bild spielen, die einfach deutlich mehr AP raushauen Weil ich das Gefühl habe, dass die Scalings gar nicht so bad sind Was zum großen Teil auch daran liegt, dass die Passive weiter mit AP scaled Und das ist etwas, wodurch du einfach ein Spell mehr hast, der eskaliert Plus Lunes ja nochmal ein Spell hast, der eskaliert Und du dadurch quasi, auch wenn deine AP-Ration nicht überwältigend ist, hast du es ja doch auf jeden Spell Und das ist ein Vorteil, den man definitiv nutzen kann Ich geh jetzt hier und kill hier Yuumi Das ist ein ziemlicher Freakill Oder auch nicht Schade Aber wenn du cool sein willst und sowas callen willst, ne? Hallo One-Shot Natürlich hier auch ein ADC, der komplett out of game ist, ne? Hm Ähm Oh, ich denke mal, ich werde da jetzt auch noch zurück sein gehen Der lasse ich mich ja nicht zweimal bitten Oh Hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ihr da rüber geht War nicht der Fall Passiert schon mal Du willst Brand prinzipiell gegen Immobile Champions spielen Das heißt, das Gegner-Team diktiert mehr, ob du Brand picken wirst, als dein eigenes Team Trotzdem ist natürlich In initialen Gage sehr schön Du bist in Wombo-Kombos natürlich immer gerne Gerne gesehen Das war sehr viel Schaden Das heißt, die Ari könnte gleich einen Move wagen Aber Wombo-Kombos sind mittlerweile, finde ich, auch deutlich seltener geworden Also diese ganz klassischen Kombos von früher, wo du in der Mumu-Jungle hattest und dann gesagt hast Ah, da geh ich rein Na, ganz ehrlich, das passiert mittlerweile deutlich selten Wird er mich immer noch, ui? Was ist eine Frechheit von den Champion, ne? Springt einfach in mein Gesicht, ohne jegliches Schlechte Gewissen War das die schlechteste Brandload meines Lebens? Ich würde sagen, ja Aber mein Leben ist ja auch noch jung, ja Ich würde sagen, da kann auch was Schlechteres kommen Es fällt mir jetzt allerdings auch nicht viel ein, womit Das war's mal wieder komplett, meine Damen und Herren Herzlichen Glückwunsch Press F to pay respect Ähm Was soll ich euch noch sagen, ne? Ich glaube, das Game ist leider noch nicht vorbei, aber ich würde die Aufnahme gerne hier beenden Oh my goodness Oh my goodness Sobald du spawnst Er ultet Wohin ultet er? Er ultet hierhin, Bruder Und warum? Oh my goodness Was hast du getan? Ich hab doch nicht gezielt Oh, epische Story Irgendwann gibt's nen Storytime dazu Can I? Cooler Reduction ist natürlich ein recht netter Wert Oh, Velcos, please no Ähm Der geht in diesem Bild natürlich jetzt Das war auf gar keinen Fall Absicht von ihm, aber es war wirklich, wirklich witzig Äh Schöner Moment Äh, was ich jetzt machen werde, ist Ich, äh, spekuliere darauf, dass die Reksa hier oben in den Butch reingehen wird, um den, ein Nash-Seed zu preparen Äh, dann stehe ich hier schon bereit, bewege mich die ganze Zeit nicht Wurde jetzt hier meines Erachtens auch nicht aufgedeckt Äh, und Panische dann eben Reksa dafür Ilaoi rennt jetzt hier allerdings hinterher Wird natürlich von der Reksa Passive auch gesehen Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt gelingt, ist deutlich geringer geworden Was man machen könnte, man könnte hier Äh Durchaus müde ich von der Reksa Oh mein Gott, sie ist so squishy Ich mein, sie ist Level 10, ne Sie, sie, sie muss wahrscheinlich auch squishy sein Ich würde jetzt hier noch einmal für den Damage-Rescape, äh, gehen Das heißt, ich renne einfach mal in den Gangplank rein und sag, hallo, guten Tag Möchten Sie ein 1 vs. 1? Äh, wollte er ja, ja Ging nicht so gut für mich aus Mein Damage danach natürlich trotzdem völlig in Ordnung Wenn ich die, äh, Barrier da vernünftig, äh, kaputt mache, dann ist das schon, schon okay Brand, super squishy, super stark Ich empfehle übrigens hier, äh, als Six-Item nicht wie ich gerade für den Void Staff zu gehen, der eben völlig random ist, sondern immer für den Sonjas Brand müsst ihr euch eher so vorstellen für die, die schon länger League spielen wie Zyra früher Das heißt, ihr poppt einmal alle eure Spades und dann sterbt ihr Und dieses Sterben könnt ihr halt eben reduzieren, indem ihr für eine Stopwatch geht Das heißt, ihr könnt auch in Second Tree, könnt ihr für Minion-Dematerialisierer und für, äh, die Stopwatch gehen, wenn ihr wollt Das ist absolut in Ordnung Ich persönlich präferiere hier allerdings Scorch Ich finde, Scorch ist immer noch nicht mega stark Ist allerdings einfach ein Spell, der im Early-Game nochmal diesen Poker erhöht Gerade wenn ihr für Komet geht, finde ich, ist das so oder so Da nochmal die bessere Option, weil ihr wollt in den Runen bei Brand immer alles mitnehmen, was in irgendeiner Art und Weise euer Early-Game stärker macht Weil wenn ihr im Early-Game-Ahead kommt, wenn ihr über der Goldkurve seid, dann habt ihr mit Brand eh keine Probleme Oh my goodness Ich meine, da steht 16-2 Ei, ei, ei Das ist halt, das ist ein Pike, wie er so steht, ne? Also der beste Pike-Spannhaus ist vielleicht, äh, ab jetzt dieser Pike Ezra merkt, oh, ich habe einen ADC gepickt Not fun anymore Harmos hat gemerkt, oh, das sind gegnerische, äh, gegnerische Turrets Auch das ist nicht so fun Und ich merke jetzt, oh, da ist ein Gangplank Verbrennt elendig Was nicht funktioniert hat Hm 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 Werd ich jetzt von der gekillt? Nein, ne? Soweit geht's ja jetzt hier wohl nicht Die Ezra Ultimate wird mich wieder killen, aber ich werde sie ehrenvoll dodgen Puh, 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 Puh Ich bin bereit Okay Sie kommt überraschend wenig Ich dachte wirklich, sie kommt noch Aber wollte dann scheinbar doch nicht mehr Bin für den Zoolstider gegangen einfach, weil ich die 1050 Gold hatte Gehe jetzt hier noch für ne äh, 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 wunderbares, ähm, äh, wunderbaren Pott into Stopwatch Stopwatch mit das beste Item, wenn ihr findet, äh, äh, wenn ihr merkt, das das Game endet Aus meiner Sicht sogar besser als das Elixir, was ich lange Zeit hier immer geholt habe, wenn ich das Gefühl hatte, ja, das Game entscheidet sich jetzt 100%. Stopwatch gibt Ihnen noch mehr Möglichkeiten. Kannst für Plays gehen, für die du sonst nie gehen kannst. Ansonsten gegen Gangplaining, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das reicht, da nochmal für ein Fishing-Cue zu gehen, wäre eine Option gewesen. Ist allerdings, macht nicht den krassen Unterschied in der Szene. Die Passive ist natürlich das Entscheidende, Level 16, unglaublich wichtig für Brand generell. Ich überlege, ob ich doch irgendwas sagen wollte. Ich habe wieder eine Liste gemacht. Ne, die wichtigen Punkte habe ich alle genannt. Ich würde euch empfehlen, Brand mitleihen einfach mal zu spielen, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, was den Champion ein Stück weit fehlt. Weil ich glaube, wenn man ein paar Mal Brand selber gespielt hat, merkt man natürlich wieder, wie einfach er auch zu exploiten ist. Aber es ist gleichzeitig auch einfach ein Champion, wo ich das Gefühl habe, er macht unglaublich viel Spaß. Gerade wenn ihr ein Stück weit ahead seid, ist Brand einer der witzigsten Champions überhaupt, weil ihr halt eben diese Pop-Moments habt, wo ihr halt einfach jemanden komplett von 102-0 deletetet. Und mit jemanden meine ich ein komplettes Gegner-Team. Ich würde jetzt hier gerne nochmal für einen Quarter gehen oder sowas. Das wäre jetzt ein versöhnlicher Abschluss des Ganzen. Prinzipiell sind alle Gegner aus der Squishy, dass das durchaus machbar ist. Muss mir allerdings natürlich jetzt hier ganz genau überlegen, wann ich welchen Spell einsetze. Den Flash-Spell haben wir schon mal eingesetzt, so viel kann ich sagen. Habe immer noch meine Ultimate, das heißt, Fight-mäßig ist das auf jeden Fall immer noch drin. Habe auch immer noch meine Stopwatch, das heißt, ich kann auch eigentlich einen Reksa Engage hier nochmal überleben. Ist nur die Frage, ob wir das trotzdem spielen wollen. Reksa hat auch nicht mehr so Lust, aggressiv zu rüten. Die Phase ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Man sieht gerade schön, wie Valkos einfach dasselbe macht wie ich, nämlich Pokken, aber über eine Range, die 7 Millionen Mal meine Range ist. Ich würde jetzt hier mal den Ward dahinter stellen. Folgendes Problem. Ja, ich habe nicht alle meine Spells genutzt, bevor ich in Sonias gegangen bin. Die Ultimate auf SOS war wieder eine Single-Target-U. Ich würde so gerne einmal eine krasse Ult zeigen. Jetzt habe ich natürlich auch noch eine Stopwatch im Inventar, aus der ich jetzt hier aktiv nichts machen kann, weil ich das Ding da einfach gebaut habe. Die also jetzt für Sonias, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Die 850 Gold waren da ziemlich wasted. Jetzt brauchen die natürlich mehr, aber ich meine, Das Item-Bit ist aber auch ein Täter, was sie sich da auch noch gegönnt hat. Das sieht schon sweet aus. Guten Tag. Alter, ich weiß nicht. Also, in solchen Situationen habe ich immer das Gefühl, Valkos macht das, was Brad macht, den besser, wenn es um Spoken geht. Aber diese All-In-Team-Fight, das ist halt das, wo Brad unglaublich gut ist. Aber wie ich schon mal einfach gesagt habe, Gegner passen sich ja eben an. Und die Problematik, finde ich, merkt man hier auch ganz gut. Die Gegner sind jetzt selten so dumm zu sagen, Hey, weißt du was? Lasst uns doch einfach mal zu fünft auf einen Fleck stehen. Obwohl ich es mir sehr wünschen würde. Ich hoffe, ich kann euch die Situation auch bieten. Einfach, weil es unglaublich witzig ist. Ich bin leider unter 10, so hat es dir das Text gefallen mit diesem... Ich wage mich mal, das ganze Play zu nennen. Wo das natürlich schon sehr, sehr weit gegriffen ist. Gönn mir hier den Blue-Buff. Kann auch ein paar Enemy-Jungle-Camps machen. Scheinbar wollen wir jetzt das Game beenden. Das heißt, der Spaß, den unser Team hier die ganze Zeit zusammen hatte, der ist jetzt verflogen. Ich kann jetzt hier mit der Passive nochmal die Camps mitnehmen. Das sollte kein Problem sein. Pike auch Bären stark natürlich immer noch. Das heißt, ich mache mir wenig, wenig Sorgen, dass wir das Game gewinnen. Ach, die wollen Bot-Lane gehen. Ja, why Bot? Na gut. Ich werde ja auf jeden Fall Top-Lane vorher die Wave rauspushen. Einfach, weil es uns sonst ja auch entgegenkommt irgendwann. Ah, gut. Ja, das war natürlich jetzt Camps, ich hätte den Chat lesen sollen. Ich muss sagen, manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber über League wird so oft so viel Bullshit geschrieben, dass ich irgendwann einfach denke, weißt du, ich mache da gar nichts. Natürlich kann ich jetzt auf Bot, guck mal, das ist halt gigaboostet. Also. Ich, die, 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 die haben doch... Ah, ah, ah. Ah, this is a problem now. My guess, this is fine, right? Aber da haben wir das schön gesehen, ne? Wenn ich es nicht so splitten kann, ich will nicht machen. Mein W war natürlich auch kerngeboostet. Oder, sag ich mal, sehr optimistisch antizipiert, was passieren würde. Ich denke, das ist fein. Der Valkos kann den gleich holen. Der Gangplank ist halt leider ziemlich fett, ne? Ilari macht da auch viel. Hä? Come, this is one. Tatsächlich war das völlig fein, was ich gemacht habe. Zwei Leute sind hochgekommen, ich habe einen gekillt. Das heißt, die haben eine Überzahl, Situation unten. Gleichzeitig sind wir auch in dem Fight danach natürlich eine Person mehr. Ist es gar kein Problem. Ilari hat sich jetzt hier für den Spitbrush entschieden. Ich meine, man könnte auch einfach zum Nexus reden, aber das ist es nicht. Ja, muss man nicht, ne? Das ist eher optimal wieder. Ezreal ist in diesem Moment auch down und wir haben das Game gewonnen. Und damit ist auch der Hate von Valkos erstmal wieder deutlich entspannter. Meine Damen und Herren, das war meine Folge dazu. Ist Midlane Brand jetzt weibel? Das Endergebnis, wenn ihr es mitbekommen habt von Anfang an, ist TLDR, meine Damen und Herren. Brand ist aus meiner Sicht ein Champion, der ein kleiner Sleeper ist. Ich glaube tatsächlich, dass der Damage als Zeta von Brand sehr stark ist. Dass der Poke sehr gut ist. Ich, ähm. Die Dunkelheit breitet sich aus. Winter is coming! Ich weiß aber, ah, ja. Tilt-Proof auf jeden Fall an dieser Stelle für den Raubus. Meine Webcam hat sich verabschiedet, ne? Wollte sich das auch nicht mehr angucken. Cardam Low, eh, glaube ich, ist Brand ein Champion, den ihr definitiv mal auspacken könnt. Ihr habt einen sehr, sehr soliden Poke. Ihr habt einen, äh, völlig in Ordnung. Wave-K, ihr seid allerdings auch unglaublich immobil. Und eure große Stärke ist tatsächlich kaum ausspielbar. Wir Gegner wissen, was sie tun. Da sie das meistens nicht wissen, könnt ihr Brad trotzdem auspacken. Und damit, äh, ja, einfach ein bisschen Spaß haben. Ich werde vielleicht den einen oder anderen Pocket-Pick hier noch präsentieren, wie sowas wie Deanna. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare an. Sonst wünsche ich euch einfach eine wunderbare Zeit. Und hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und ab nächster Woche bin ich wieder in Berlin. Und dann wird auf jeden Fall nochmal ordentlich mehr geböllert auf YouTube. Tschüss und bis bald. Euer Johnny. Der, den ihr nicht seht, aber hört. Ich bin euer Gewissen.